Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich seh ein Flugzeug! Ich seh ein Flugzeug! Aufpassen! Feindliches Flugzeug! Oh! Und er fällt das weg! Wir könnten das Flugzeug gehen, aber nein! Never mind, dann! Wir haben ein Objektiv gemacht! Oh! Vorsicht, Flugzeug! Wir haben ein Objektiv gemacht! Wir müssen ein Objektiv machen! Ich habe Sichtkontakt mit einem freundlichen Soldaten! Das ist ein Panzer! Ja, ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer. Ja, ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer. Ich kann nicht sagen, ob dein Name ist in Arabisch. Sorry, ich kann nicht in Arabisch sprechen. Aber Hallo, mein Freund. Ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer. Ich bin ein Schwedischer, ich bin ein Schwedischer. Die haben viel的 AA da. Nordamerikanische. Was ist literally kommt auf's... Ja. Ja... ...wELL... ...when die Left-Wing pulls ... ...Country apart ...with ihre violence, ...they can go on for months and its basically nothing reported. ...And then there's two days of Trump supporters doing ...doing something similar. ...It's like ...described like the end of the world. ...The hypocrisy knows no bounds. Aber ja, wenn es nicht für ein Doppelstandard ist, dann würde ich keine Doppelstandard haben. Okay. Okay. Was ist denn da? Soldat, da drüben! Return to the combat area. Feindsoldaten sind in Sicht! Fight against Flugzeugkiosk! Fuck, get out of the plane if you're... Fight against Flugzeugkiosk! 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 This is an admin doing this to me. He goes into my plane, stays AFK so I can't seat switch or do anything. Fight against Flugzeugkiosk! Fight against Flugzeugkiosk! Fight against Flugzeugkiosk! He spawns into my plane and goes AFK. Fight against Flugzeugkiosk! Fight against Flugzeugkiosk! Fight against Flugzeugkiosk! Fight against Flugzeugkiosk! Oh, es ist ein A-A-Truck. Ihr-You're watching this, right? It's not like, it's not like for a few seconds either. It's been EFK here in my plane for like... What, is it like three or four minutes now? Oh, no! Oh, no! Hahaha! Return to the combat area. Such a fucking laming... laming shit. You know, you join a server like AMG to avoid that kind of shit. That's why... well, that's not really why, but that's... kinda. That's one of the things you hope you can enjoy when you play with the experienced players, you know? Hahaha! Okay, yeah... The team play is like... basically the worst you could expect. That's like... If you wanna have an example of teamwork, that is the exact opposite of what you just witnessed. That is like the worst part of what you could possibly find. It's actually funny. We have taken objective Edward. We have lost objective butter. We have lost that net. It's actually funny. Yeah! You're lost. Jack, Jack, Jack's his head shift! Jack, Jack's the eye there, Jack's the eye. Jack! Jack! All right. Hello. Hallo! Hallo Pellian! Oh, I love that guy. He's a cool guy. He's a really cool guy. I can't stop laughing. He's a really cool guy. An enemy airship is on move. Whoa, stop shooting me! Belgium is my squad leader. He's busy leading the squad. Stop shooting me with your AA rockets. Oh, Belgium is... Ah, he's shooting! Yo, Belgium, what's up? He's shooting and everything. I don't think he can hear me. My sound is supposed to be really bad. We have taken objective butter. I don't know why I can't make my... When I started using the headset, my sound became really bad. I don't know why. Oh! Oh! They're camping that AA all the time.